Was hat denn eigentlich Lehrkräftebildung mit der Zukunft der Universitäten zu tun oder der Hochschulen? Aus Sicht des Stifterverbandes kann ich sagen, eine ganze Menge, das ist auf jeden Fall unsere These, dass eine gute Lehrkräftebildung auch ein Beitrag sein kann, Hochschulentwicklung vorwärts zu treiben. Und wie das gehen kann, wie überhaupt auch Lehrkräftebildung, das ist ja gerade ein sehr großes Thema, wie die profiliert werden kann, ob überhaupt, wie das auch ein Teil der strategischen Hochschulleitung sein kann und wie gesagt, welchen Beitrag sie zur Hochschulentwicklung leisten kann, darüber wollen wir in der nächsten Stunde sprechen. Wir haben fünf Panelisten, die möchte ich Ihnen zunächst mal kurz vorstellen, alphabetisch. Mit auf dem Panel diskutieren Professor Dr. Thorsten Bohl. Er ist der wissenschaftliche Direktor der Tübingen School of Education und hat eine Professor für Schulpädagogik an der Universität Tübingen. Herzlich willkommen, Herr Bohl. Bei mir neben ihm auf dem Panel sitzt Professorin Dr. Sabine Doff. Sabine Doff hat eine Professur für Fachdidaktik der englischen Sprache an der Universität Bremen. Sie war bis vor einiger Zeit die wissenschaftliche Leiterin des Zentrums für Lehrkräftebildung und Schulentwicklungsforschung, glaube ich. Also des Zentrums jedenfalls an der Universität Bremen. Dann weiterhin haben wir als Panelistin Mörle Jagmaler. Mörle Jagmaler war die Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrkräftebildung an der Universität zu Köln. Sie war danach auch mal Kanzlerin der Alanus-Hochschule. Also sie hat auch Leitungserfahrung und sie war tatsächlich auch als Lehrerin tätig. Dann haben wir Professor Dr. René Matzdorf. Er ist Vizepräsident für Studium und Lehre an der Universität Kassel. Er hat eine Professur für Physik, Fachwissenschaft, ist aber als Fachwissenschaftler der Lehrkräftebildung sehr zugetan. Er ist schon seit vielen Jahren im Vorstand des Zentrums für Lehrkräftebildung an der Universität Kassel und war Jürich-Mitglied der Qualitätsoffensive Lehrkräftebildung. Und schließlich Fanny Weickelt. Sie studiert aufs Lehramt an der Universität Leipzig und ist dort im Studierendenrat tätig. Herzlich willkommen nochmal an Sie alle. Und dann sehen Sie alle noch ein weiteres Bild von meinem Kollegen Andreas Wormland. Und Andreas Wormland wird Ihnen jetzt kurz erklären, wie Sie sich an dieser Session beteiligen können. Andreas. Ja, herzlichen Dank. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Wir sind ungefähr 20 Gäste gerade. Das heißt, da ist auf jeden Fall auch Raum, dass Sie sich auch mündlich beteiligen können zu einem, ja, zum späteren Zeitpunkt in unserer Veranstaltung. Sie sehen auf der rechten Seite einen Chat. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie, wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung haben, gerne ein kurzes Stichwort reinschreiben, zu dem Sie sich melden, zu dem Sie dann sprechen können. Und ich werde Sie dann als, ja, auch als Sprecher hier aufs Panel heben. Dann können Sie Ihre Frage stellen oder Ihre Anmerkung anbringen. Und dann können wir darüber diskutieren. Und im Anschluss, ja, schicke ich Sie wieder zurück in die, ins Publikum sozusagen. Genau. Eine Ankündigung muss aber über den Chat stattfinden, sonst weiß ich nicht, dass Sie etwas sagen müssen, möchten. Und ich würde mich jetzt auch hier vom Panel entfernen. Viel Spaß. Herzlichen Dank, Andreas. Herr Matzdorf, Sie haben ja verschiedene Perspektiven auf die Lehrkräftebildung. Als Fachwissenschaftler sind Sie ja auch an der Lehrkräftebildung beteiligt im Fach Physik. Sie sind im Vorstand des Zentrums, habe ich gesagt. Sie sind Vizepräsident an einer sehr großen lehrerbildenden Universität. Sie waren Mitglied der Qualitätsoffensive. Reicht das denn jetzt nicht eigentlich? Also es müsste aus Ihrer Sicht die, also worüber reden wir überhaupt? Besteht da Gesprächsbedarf? Muss die Lehrkräftebildung weiter profiliert werden? Ich glaube, dass die Lehrkräftebildung weiterentwickelt werden muss. Ich glaube, sie wird ununterbrochen entwickelt. Das ist kein Prozess, den man irgendwann zum Abschluss bringen kann. Und jede Generation hat immer wieder ihre neue Ideen und bringt die ein. Und ich glaube, dass strukturell die Lehrkräftebildung an den Universitäten eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Mit den Zentren für Lehrerinnenbildung und mit den Schools haben wir etablierte Strukturen. Und so wie ich das in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung kennengelernt habe, sind die gut vernetzt, auch mit den Hochschulleitungen und können eigentlich ihre Aufgaben gut erfüllen. Wir haben auch diese Vernetzung zu der zweiten Phase und so weiter. Insofern sehe ich die Lehrkräftebildung eigentlich sehr gut aufgestellt. Wo ich ein Problem sehe, ist eher in dem Beruf selbst und auch in dem Studium selbst. Ich glaube, wir müssen Dinge verändern, damit wir weiterhin genügend Lehrkräfte in den Schulen haben werden, dass sich junge Leute für den Beruf entscheiden. Und ich glaube, wir müssen die Menschen entlasten, die sich diese Aufgabe vornehmen. Und meine provokante, sozusagen mein provokanter Vorschlag an dieser Stelle wäre, die Option einzuführen, auch ein Fach Lehrkräfte zu ermöglichen in Deutschland. Das muss nicht heißen, dass das alle so machen. Es kann auch beide Varianten geben. Aber in den Bildungswissenschaften haben sich die Aufgaben so stark verbreitet. Wir haben so viele neue Dinge hinzubekommen. Wir denken an Inklusion, an Digitalisierung, an Herausforderungen mit heterogenen zusammengesetzten Klassen, die ja noch mal eigentlich noch viel breiter ist, die Heterogenität als die, über die wir vor zehn Jahren gesprochen haben. Das zu managen, das erfordert extrem gute und breite Ausbildungen in den Bildungswissenschaften. Aber der Inhalt, den wir natürlich den jungen Menschen mit auf den Weg geben in unserer modernen Welt, der ist auch unheimlich wichtig. Und ich glaube, um sozusagen das hier anzuschließen an die Fragen in diesem Panel, wenn wir einfach stärken und dafür ein anderes fallen lassen, sind die Studierenden entlastet, weil sie sich mehr auf eine Fachkultur konzentrieren können, nicht mehr so viel zwischen den einzelnen Standorten an den Universitäten hin und her pendeln müssen und den Fachwissenschaftsstudierenden und den Professoren und Professoren, die im Fach unterrichten. Das wäre mein Einstieg für eine Diskussion. Herr Mansdorff, vielen Dank. Ich möchte später noch mal auf die Frage zurückkommen, wie es die anderen Teilnehmenden hier auf dem Panel, aber auch in der Session sehen, ob die Zentren, also ob die Universitäten wirklich strukturell gut aufgestellt sind. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht von allen so geteilt wird, aber lassen Sie uns einen Moment beim Einfachstudium verbleiben. Besteht nicht die Gefahr, provokante Gegenfrage, dass wenn die Lehramtsstudierenden nur noch einfach studieren, dann, dass Sie gar nicht mehr sichtbar werden in den Fachwissenschaften. Also, dass Sie aus Sicht der Fachwissenschaften noch mehr sind, wie die Studierenden, die nur ein Fach machen. Und man hat dann keine Probleme mehr. Also, die unterscheiden sich nicht mehr so doll. Man muss auch nicht auf deren spezifische Bedarfe eingehen und hat das Problem so wegdefiniert. Herr Mansdorff. Das glaube ich eigentlich nicht. Also, alle Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, denen ist Lehrkräftebildung sehr wichtig. Schon wegen ihrer eigenen Kinder, jetzt mal so provokant gesagt, aber sozusagen, man weiß um die Bedeutung dieses Berufs für die Gesellschaft, aber auch für den eigenen Nachwuchs, der ja auch aus den Schulen kommt, in die Hörsäle. Ich glaube, dafür werden sich schon alle interessieren. Und ich glaube, wenn man in den Fachveranstaltungen die Lehramtsstudierenden häufiger sieht und nicht nur wirklich in den ersten Basisveranstaltungen und die sind schneller weg, als sie gekommen sind, dann nimmt man sie vielleicht tatsächlich eher stärker wahr als weniger. Sie meinen jetzt sozusagen der Unterschied zu Fachstudierenden, dass der nicht so richtig realisiert wird. Ja, dafür müsste man vielleicht auch Instrumente finden, dass man das nochmal dann herausstellt. Und man darf natürlich, muss aufpassen, dass die Fächer nicht über die Stränge schlagen und ein komplettes Fachstudium abverlangen, weil 50 Prozent für die Bildungswissenschaften sollten wir dann natürlich auch übrig lassen. Aber bei mir in der Physik ist es so, dass in einem Lehramtsstudium nur Physik bis 1920 vorkommt. Und das ist Physik, die über 100 Jahre alt ist und eben in der modernen Forschung fachlich auch keine Rolle spielt. Insofern werden diese Leute auch, ja, man könnte böswillig sagen, an manchen Stellen nicht ernst genommen aus der Fachperspektive heraus. Vielen Dank erstmal. Frau Weickelt, Sie studieren ja an der Universität Leipzig, ein Lehramtsstudium, wie es jetzt ist, mit zwei Unterrichtsfächern. Genau. Also ich studiere Sonderpädagogik mit Grundschuldidaktiken. Das heißt, Sie studieren nicht nur einfach, sondern alles so ein bisschen und dann noch zwei Förderschwerpunkte ausgerichtet nach dem sächsischen Förderschulsystem. Und ich glaube, das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube, dass es eher wichtig ist, dass Studierende die Möglichkeit haben, auch nur einfach zu studieren und sich da hinein zu vertiefen. Ich glaube auch nicht, dass die Sichtbarkeit von der Fachwissenschaft an sich abhängt. Ich glaube, es liegt dann vor allem an der Verortung der bildungswissenschaftlichen Studiengänge, der erziehungswissenschaftlichen und der Etablierung der Zentren für LehrerInnenbildung. Und ich wollte nur noch ergänzen, dass ich auch in Vertretung vor allem da bin für die bundesweite Lehramtsstudierendenvertretung und nicht nur für die in Leipzig. Für Kuala. Die Konferenz aller Lehramtsstudierenden. Ja. In der Abkürzung. Genau. Vielen Dank, dass Sie das nochmal ergänzt haben, Frau Weickelt. Aber, also, wie beurteilen Sie denn so den Stellenwert der Lehrkräftebildung an der Universität Leipzig? Sagen Sie, ja, das ist schon alles ganz okay, wir werden da gesehen, wir stehen nicht im Schatten, also von anderen Studierenden, die Universität nimmt es schon richtig ernst oder müsste da doch noch was passieren? Und wo gibt es Probleme? Also, ich würde sagen, es wird auf jeden Fall priorisiert. Bei uns sind die Lehramtsstudierenden die zweitgrößte Gruppe an Studierenden. Wir sind 30.000 Studierende, ungefähr 6.000 davon studieren Lehramt. Und wir besitzen auf jeden Fall Strukturen und Lehramtsstudierende sind überall in jeder Fakultät, das ist ja auch bundesweit so, überall in jedem Seminar sitzen eigentlich Lehramtsstudierende mit drin, was sehr schön ist, wodurch auch eine Sichtbarkeit da ist und Lehramtsstudierende eigentlich auch überall zu Hause sein können. Auf der anderen Seite lässt sich dann doch beobachten, dass eine Priorisierung und eine Kommunikation dann doch nicht immer so gut läuft. Also, ich habe das vor allem im bundesweiten Vergleich gemerkt, weil ich gekommen bin und dachte, es funktioniert doch eigentlich ganz gut bei uns an der Uni. Wir können doch gut miteinander sprechen und dass es doch an anderen Standorten das Lehramt ganz anders etabliert ist mit alternativen Prüfungsformaten, mit Studienordnung, eigenen Prüfungsordnungen und dass da doch nochmal ein anderer Stellenwert dem Lehramt gegenüber gegeben wird. Aber wir haben ein Zentrum für Lehrerinnenbildung, das ist super hilfreich. Wir können trotzdem zentral agieren. Wir haben einen sehr guten Draht zu den Leitungspositionen als Studierendenvertretung auch. Und genau, also sichtbar sind wir, aber trotzdem ist es keine gemeinsame Struktur und wird auch oft als Parallelstruktur betrachtet. Das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, wie bundesweit viel existiert, dass also alle studieren irgendwas und dann gibt es noch die Lehramtsstudierenden, aber dass eben die Lehramtsstudierenden überall mit dabei sind und dass man sie auch mitdenken muss und strukturell, organisatorisch, curricular mitdenken muss. Ich glaube, das ist dann doch noch ein weiter Weg. Genau. Aber dazu nochmal an Frau Weickel. Es gibt dazu auch eine Frage im Chat zum Thema Einfachstudium, die wir gleich aufgreifen könnten. Aber nochmal an Sie, Frau Weickel. Also diese Parallelstruktur, ein Einfachstudium, wie Herr Matzdorff es vorschlägt, wäre ja eine Möglichkeit, um Parallelstrukturen abzubauen, weil ansonsten Universitäten ja entlang der Fachdisziplinen organisiert sind und nicht entlang der Professionen. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz bejahen kann tatsächlich, weil ich glaube, es ist egal, ob man ein Fach, zweifach oder drei Fächer studiert. Oft lässt sich ja dann doch noch was auch ergänzen. Ich glaube, die Grundfrage ist, wie wird mit Lehramtsstudierenden an der Universität umgegangen? Ist die Verbindung zwischen Fachdidaktik und Fachwissenschaft irgendwie logisch? Sind die fachwissenschaftlichen Anteile angemessen an das Lehramtsstudium? Habe ich Ansprechpersonen für meine spezifischen Lehramtsfragen in meinem Fach? Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht ganz relevant, ob ich ein oder zwei Fächer studiere. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für einzelne Personen eine Entlastung ist, zu sagen, ich konzentriere mich nur auf ein Fach, weil einfach, darauf habe ich Lust, es später zu unterrichten und muss nicht noch zwangsläufig ein zweites Fach ergänzen, wo, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation da ist, vor allem, weil oft in Universitäten Fächerkombinationen vorgegeben sind. Da kann es schon auch sein, dass, wenn ich die Chance habe, nur einfach zu studieren, dass es ein bisschen mehr Motivation gibt. Aber ich glaube nicht, dass die Sichtbarkeit von Studierenden oder die die Einfachheit des Studiums erleichtert wird unbedingt durch ein einfach Bachelor, also jetzt nicht unbedingt auf Strukturebene. Deswegen bin ich mir unsicher, das jetzt mit einem klaren Ja oder mit einem klaren Nein zu beantworten. Vielen Dank. Sabine, du hast wiederholt genickt, als Frau Weickelt gesprochen hat. Möchtest du das aus deiner Sicht noch mal was sagen zum Thema Einfachstudium, Sichtbarkeit von Lehramtsstudierenden und ob sie genug gesehen werden und ob sie einen wirklich guten Ort haben? Vielleicht noch ohne die Strukturfrage der Zentren, das stellen wir vielleicht mal einen Moment noch zurück. Ich habe genickt an der Stelle, als Frau Weickelt gesagt hat, sie sei sich unsicher, ob das an der Sichtbarkeit der Studierenden tatsächlich zum Beispiel über die Verankerung in den Fächern, die dann eindeutiger wäre als jetzt, ob das gelingt durch den Einfachstudium. Das vermute ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, genauso wie meine Vorrednerin, dass das nicht den großen Unterschied machen würde. Das bringt aber andere strukturelle Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel die Schulen verweisen ja immer wieder darauf, wie schwierig es wäre, Einfachlehrer oder wie viel schwieriger es wäre, Einfachlehrkräfte einzusetzen. Ich kann das nicht beurteilen, ich höre es nur. Also wahrscheinlich wäre das möglich, aber es kreiert schon Herausforderungen. Ich kann nur sagen, in Bremen haben wir ein Modell, das anstelle des zweiten Unterrichtsfaches für egal welches Lehramt, außer die Primarstufe, da ist es sowieso anders, das Fach inklusive Pädagogik setzt. Das ist, was Herr Matzdorf sagte, das reagiert auf die Herausforderungen, die in den Bildungswissenschaften entstanden sind, in den letzten Jahren vor allem, rezent. Das funktioniert aus Studierendensicht, soweit ich das im Blick habe, ganz gut. Es verändert den Status, den die Studierenden an der Hochschule haben. Und damit auch die Lehrkräftebildung insgesamt aus meiner Sicht nicht zentral. Daran würde das nichts ändern. Also würde ich meinen, ist meine Einschätzung. Man hört dich jetzt gerade nicht, Bettina, oder ich zumindest nicht. Anschlussfrage an dich, Sabine. Was wäre denn aus deiner Sicht der wichtigste Schritt, um Lehrkräftebildung an den Universitäten weiter zu profilieren? Aus meiner Sicht ist der vielleicht nicht wichtigste, aber effektivste Schritt, der in der Währung zu bezahlen, die an den Hochschulen am wertvollsten ist. Und das ist Forschung. Also zumindest für meine Hochschule gilt das. Und das sind Dritt- oder Zweitmittel. Das heißt, wenn es gelingt, die Lehrkräftebildung auch als ein Forschungsfeld integrativ zu positionieren an den Hochschulen mittel- und langfristig und dann die Stärken, die die Lehrkräftebildung ohnehin mit sich bringt und die anders an den Hochschulen nicht ersetzbar wären in der Lehre, im Transfer zum Beispiel. Also wenn man es schafft, das auch in der Forschung zu etablieren, als ein Feld, das gleichwertig zu anderen zu sehen ist, dann wäre ein entscheidender Schritt getan, aus meiner Sicht. Was hält euch denn davon ab, das zu tun? Ich kann sagen, mir fehlen an einem Standort wie Bremen forschungsstarke Partner. Das ist so. Für die Lehrkräftebildung, nicht in anderen Fächern. Wenn ich Raumfahrt oder Meereswissenschaften machen würde, wäre das überhaupt gar kein Problem. Mache ich aber nicht. Und mit diesen Themen kann ich in der Lehrkräftebildung auch wenig anfangen. Aber wie kann das sein? Also die Universität Bremen ist ja die zentrale Instanz, die das Land Bremen mit Nachwuchs an Lehrkräften versorgt. Das heißt, sie bietet die gesamte Palette der Lehrkräftebildung an in allen Unterrichtsfächern, die in Bremen gebraucht werden und muss das abdecken. Und ich gehe davon aus, dass jedes dieser Unterrichtsfächer auch durch eine Professur vertreten ist. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass alle ProfessorInnen auch forschen. Ja, da hast du zu, ich würde sagen, 90 Prozent recht. Da fängt es schon an. Nicht alle Unterrichtsfächer sind professoral vertreten an der Hochschule dieser Größenordnung. Aber das beiseite gestellt, würde ich sagen, war ein deutlicher Wandel in diese Richtung spürbar über die qualitätsoffensive Lehrerbildung. Also da konnte man zum ersten Mal mitspielen, sozusagen in einer Kategorie, in einer, wie sagt man, in einer Liga, die die Hochschulleitung auch interessiert. Auch über einen Zeitraum, der relevant ist für die Hochschule im Hinblick auf eine Strategieentwicklung. Und dadurch, dass, wie es immer angekündigt war, die qualitätsoffensive Lehrerbildung keine Fortsetzung, also zumindest keine monetäre Fortsetzung findet, reißt es auch wieder ab. Und zwar ganz schnell. Ich sage nicht, dass wir nicht Wirkungen spüren der qualitätsoffensive Lehrerbildung. In dem Moment, wo aber an einer Hochschule, die so stark auf Dritt- und Zweitmittel angewiesen ist wie meine, dieses Geld nicht mehr fließt, spürt man das ganz schnell. Ist so. Gut finde ich das nicht. Ich kann aber vielleicht noch zwei Sätze sagen dazu. Wir haben in Bremen zum Beispiel ein Promotionsprogramm für die Lehrkräfte, die duale Promotion. Wenn ich dazu von der Hochschulleitung angesprochen werde, dann regelmäßig im Hinblick auf phasenübergreifende Arbeit. Ich spreche mit der Vizepräsidentin für Lehre, mit dem Vizepräsidenten für Transfer. Mit mir noch nie gesprochen. Darüber hat der Vizepräsident für Forschung. Ich kann natürlich mit ihm sprechen, aber so wird die Lehrkräftebildung offensichtlich nicht primär adressiert. Und das ist aber die Währung, die am besten im Kurs steht. Zumindest an meiner Hochschule. Und das haben wir nicht geschafft bisher dort einzuzahlen, so dass es einen echten Wandel bewirken würde. Wie meine Vorrednerin möchte ich auch sagen, meine Warnung ist sehr stark von meiner Hochschule geprägt. Also es wird Standorte geben, das ist sicher. Frankfurt am Main zum Beispiel, das durch das DIPF und so weiter ganz anders aufgestellt ist in der Forschung. Das ist die Hochschule, an der ich vorher gearbeitet habe. Da war das anders. Also das ist ganz klar. Auch meine Wahrnehmung ist geprägt durch mein Umfeld in der Lehrkräftebildung. Klar. Vielen Dank. Mirne, wie möchtest du den Beitrag von Sabine Doff und die Bedeutung der Forschung kommentieren? Also ich kann mir vorstellen, dass du grundsätzlich in dem Punkt Forschung nicht so weit mit ihr auseinander liest. Ich weiß aber auch, dass du hier einen anderen Punkt stark machen möchtest, der eher in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Thema Forschung steht. Ja. Ich nehme tatsächlich ein Störgefühl wahr, was daran liegt, dass ich schon wieder das Gefühl habe, sage ich jetzt mal so, dass es in der inneren Logik der Universitäten diskutiert wird. Und das ist ein Problem. Das habe ich auch gesehen beim Gutachten der SWK. Natürlich ist das Gutachten der SWK zur Lehrkräftebildung enthält meiner Meinung nach viele interessante Punkte. Das ist aber extrem pro Domu. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir tatsächlich Lehrkräftebildung auch zur Stärkung der Hochschulen verwenden wollen, wie ja der Titel unserer Podiumsdiskussion ist, müssen wir uns von dieser inneren Logik einmal verabschieden und sagen, ja, wir haben es bei Lehrkräftebildung mit einem, beim starken Professionsbezug zu tun, wie bei den MedizinerInnen und bei den JuristInnen auch. Und jetzt von den Fächern her zu denken und in der inneren Logik, welche Währung da ist, stimmt, also kann ich jetzt sagen, war lange genug, über 20 Jahre an der Uni Köln und kann sagen, jo Sabine, so ist das in Köln auch. Ja, also sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, sein in Frankfurt anders, aber in Köln kann ich jetzt alles unterschreiben, was du gesagt hast. Aber ich halte es für falsch. Ich halte es für falsch, Lehrkräftebildung aus der inneren Logik der Universitäten heraus zu diskutieren. Wir müssen es daraus diskutieren, was müssen die jungen AbsolventInnen denn können, wenn sie in Schule kommen. Und der Job, den ich jetzt seit 1.1. mache, ist wieder ganz nah an Schule dran. Ich bin jetzt Geschäftsführerin der Lernlog GGMBH und bemühe mich darum, eine Web-App an Schulen zu etablieren, die den Switch von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung herstellt. Und das stellt schon ein, eine Sache stelle ich fest. Die Lehrkräfte mühen sich an ganz anderen Themen zurzeit ab, als die, die wir hier diskutieren und die in den Fachwissenschaften diskutiert wird. Ich gehe mit, dass es ein Unding ist, dass bei 1920 die Physik endet in der Lehrkräfteausbildung. Das ist durch ein Unding. Das kann man aber einfach mal ändern, finde ich. Also das zu beklagen, halte ich für schwierig, sondern das sollte man eben einfach mal ändern, auch in der inneren Logik der Universitäten. Was wir aber brauchen, ist ein stärkeres Verständnis dafür, dass diese Profession ein Stück weit auch Handwerk ist. Und gestern habe ich einen Deutschlandfunkbericht gehört, wo der Gründer der Deutschen Journalistenschule, die gerade 75 wird in München, wir kennen ja alle diese Top-Absolventen da, Bettina Maischberger und so weiter, alle die Großen haben irgendwie dort die Journalistenschule besucht. Und der hat damals, als er 45, 46 in den USA gewesen ist, gesagt, Mensch, in den USA, da machen die das ganz anders mit der Journalistenausbildung. Die verstehen, das ist ein Handwerk, wenn gleich ein edles Handwerk. Und da ist mir sofort die Lehrkräftebildung eingefallen. Dieser Aspekt, das Lehrkräftebildung, und das kann ich auch aus meiner Erfahrung als Lehrerin einfach sagen, auch ein Handwerk ist, kommt meiner Meinung nach viel zu kurz. Das heißt, mein Plädoyer wäre, wir können das alles machen, einfach oder zweifach oder ehrlich gesagt, ist mir das alles Brause. Hauptsache, wir probieren was Neues aus und Hauptsache während dieses neuen Ausprobierens stellen wir die Praxis in einen ganz anderen Kontext als bisher. Nämlich viel stärker und direkt, und da sind wir beim Stichwort duales Lehramtsstudium, und das wäre auch tatsächlich mein Plädoyer, sind wir ganz schnell dabei, die Praxis und die Theorie ganz eng miteinander zu verzahnen und dann das Lehramtsstudium in seiner Qualität auch daran zu messen, ob es gelingt, nämlich nicht Lehrabsolventen zu entlassen, die dann der Dignität der Praxis, wie Tina Hascher es mal gesagt hat, erliegen und mit ihrem ganzen Studium eigentlich nichts mehr anfangen können, sondern sich ganz neu aufstellen müssen. Sondern dann haben wir Absolventen, die dafür vorbereitet sind, für Diagnostik, für heterogene Lerngruppen, für Lernbegleitung. Und Sie hören schon an dem, was ich sage. Ein fachliches Thema kommt bei mir gar nicht vor. Was kein Plädoyer dafür ist, keine Fächer mehr zu studieren, aber die Wertigkeit und die Blickweise auf das Lehramtsstudium mal anders vorzunehmen. Steile These, Mirle, LehrerInnentätigkeit als Handwerk, das wäre ja eine Revolution, dass Universitäten für ein Handwerk qualifizieren. Welche Rolle siehst du denn den Universitäten, also für die Universitäten in der Lehrkräftebildung, also für dieses Edelhandwerk? Was wäre ihr Job? Und eine zweite Frage, wie sollen Universitäten, also wie können Universitäten sich verändern, also oder was brauchen sie dazu, um nicht aus der eigenen Logik zu denken? Wie könnten sie sich dahin bewegen? Also ich glaube, dass die Universitäten in der Ausbildung, wie ich sie mir vorstelle, nicht für diesen handwerklichen Teil zuständig wären, sondern sie sind dafür zuständig, ja, wie wir es schon vor Jahren formuliert haben, jemanden auszubilden, der in der Lage ist, zu reflektieren auf einer theoretischen Folie und aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, was er und sie gerade tut. Und das, glaube ich, ist die Rolle von Universitäten. Das Handwerk als solches, das würde ich tatsächlich nicht bei den Universitäten sehen. Das können die, glaube ich, gar nicht. Da würde ich wirklich sagen, lasst uns doch die Leute aus der zweiten Phase viel stärker reinholen und da tatsächlich, und da sind wir bei dem zweiten, was du angesprochen hast, Bettina, zu einer ganz engen Verzahnung kommen. Wir sind die Wege ja schon gegangen. Das ist ja eben auch schon gesagt worden. Ich bin ja auch schon etwas länger im Geschäft und wir kommen ja aus einer ganz anderen Welt, als wir sie jetzt haben. Wir haben ja schon die ersten Schritte gegangen in der Theorie- und Praxisverzahnung. Und wenn wir das jetzt konsequent weiter treiben und dann noch den Schritt machen, Sabine, möglicherweise die Forschung auch daran auszurichten und zu sagen, lasst uns doch das beforschen, bitte, dann haben wir auch einen sinnvollen Forschungsauftrag, meiner Meinung nach, für die Lehrkräfte Bildner an der Universität, nämlich sich das genau anzugucken. Manche Universitätsschulen machen das ja gerade. Ich beobachte mit großem Interesse, wie das in Dresden gerade gemacht wird. Und wir wissen das ja auch international, wir wissen das aus Finnland und anderen, aus skandinavischen Ländern, dass das auch ganz anders funktionieren kann. Und das wäre die Stoßrichtung, in die ich tatsächlich würde gehen wollen. Und dann wäre die Währung der Lehrkräftebildung an der Universität eben nicht mehr das, sich zu messen mit der fachwissenschaftlichen Forschung, weil ehrlich gesagt an Weltraumforschung und an KI-Forschung und so weiter, kommen wir jetzt wahrscheinlich mit der Lehrkräftebildung sowieso nicht, was Grundlagenforschung und so weiter in die Erinnerung, aber anwendungsbezogene Forschung zu machen und daraus Dinge abzuleiten, würde ich für eine wirklich gute Aufgabe halten. Ich meinte nur solche Forschung, Merle. Ich meinte gar keine andere. Okay, also als ich von Forschung sprach, meinte ich die, die zur Lehrkräftebildung passt. Und das ist die, die du gerade erklärt hast. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bohl. Können Sie Frau Jack Mahler beipflichten? Und ich gebe Ihnen noch eine provokante Frage mit auf den Weg. Also der Hochschultyp, der in Deutschland errichtet wurde, um stärker professionsbezogen, praxisnah zu qualifizieren und anwendungsorientierte Forschung zu betreiben, sind eigentlich die Fachhochschulen oder die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie sie heute heißen. Also sollte die Lehrkräftebildung vielleicht an die HAWs verlagert werden? Ich weiß nicht, ob es eine provokante Frage ist, Frau Jack Mahler zuzustimmen, weil das kann ich in weiten Teilen. Also ich überlege jetzt die ganze Zeit, welche Kompromissformel ich zwischen den Positionen hier voranbringen kann. Aber ich sehe zunächst mal, ich sehe wirklich viele Verbindungen. Aber ich möchte zunächst mal klarstellen, ich bin kein Freund davon, die Lehrerbildung jetzt an die HAWs zu geben. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich finde die Nähe zu Universitäten, die ist inspirierend. Da findet exzellente Forschung statt und davon sollte doch die Lehrerbildung profitieren. Das ist doch die Chance. vom Umbau mal ganz abgesehen, die ganzen Lehramtsfächer und so weiter an die HAWs zu bringen. Also da sehe ich wirklich nicht, was das bringen soll. Aber wir müssen die Hochschulen mit Zuckerbrot und Peitsche, so würde ich es mal sagen, zwingen, das, was innerhalb der Mauer und der Hochschulen stattfindet, mehr auf den Beruf auszurichten. Und da meine ich jetzt nicht ein blindes, naives Praxisverständnis. Überhaupt nicht. Aber ein paar Aspekte wurden jetzt schon angesprochen. Wir brauchen natürlich eine Forschungsorientierung Richtung professions- und praxisbezogener Lehrerbildung und Schulforschung. Das ist doch überhaupt keine Frage. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen viel klügere Praxisverbindungen, als wir es bisher haben. Auch das ist doch eigentlich klar. Da brauchen wir eigentlich auch nicht darüber reden. Letztlich steckt da der Teufel im Detail. Ja, also wie unterstützt man Lehramtsstudierende im Praktikum, ja? Wie motiviert man sie? Wie kann man hier gute, kluge, auch forschungsbasierte, so weitestmögliche Hinweise geben? Und da finde ich es innerhalb der Strukturen an Hochschulen richtig viel zu holen an Verbesserungsmöglichkeiten. Und daraus sollten wir zielen. Und deswegen möchte ich aber, Sabine Doff, auch noch mal recht geben. Wir müssen die Hochschulen zwingen mit Geld, unter anderem mit Geld, dass sie sich dahin bewegen. Und machen wir das nicht, dann können wir, glaube ich, noch, bis auf Einzelfälle, die es immer gibt, ja, es gibt immer engagierte Rektorate und Präsidien und engagierte Leitungen von Zentren und so weiter. Dann machen wir das nicht. Dann werden wir strukturell noch über Jahrzehnte hinweg über das Gleiche diskutieren, was wir die letzten 50 Jahre eigentlich auch schon gemacht haben. Und deswegen finde ich es so bedauerlich, das möchte ich jetzt noch mal hervorheben, dass die qualitätsoffensive Lehrerbildung so dumm, so möchte ich es mal nennen, dann versandet ist und Gefahr läuft. Das Niveau, das wir erreicht haben nach der QLB 2, das ist noch nicht ganz oben, aber sie wurde hochgehoben, ja, auf ein gewisses Niveau, was eine gute Plattform ist, um weiterzumachen. Das aufzugeben, ist doch eigentlich eine Sünde für die nächsten Generationen an Schulen in Deutschland, wenn ich es mal ein bisschen pathetisch formulieren darf. Und ich finde es wirklich schockierend, wie leichtfertig man damit umgeht. Und wir müssen auch lernen, das darf ich auch noch sagen, ich habe das zum Ende der QLB auf der Tagung in Berlin auch schon gesagt, weil es mich so geärgert hat, das muss ich ehrlich sagen, wie naiv wir Geld verteilen, diese Ausschreibungen, wo sich dann alle daran beteiligen und so viel leer gehen, so viel nicht abgesprochen ist und so weiter und wir da konkurrierende Netzwerke aufbauen, das ist doch nicht mehr effektiv. Wir müssen doch über viel klügere Geldverteilungsmechanismen nachdenken. Zum Beispiel sind aus der QLB x hervorragende Projekte hervorgegangen. Das, was Sabine Dov gerade gesagt hat mit der Promotionsstruktur in Bremen ist eins. Das, was der Kollege Holodinski in Münster mit den Videos macht, ist was anderes. Wir müssten doch die 20 klügsten Projekte rausfiltern aus der QLB und sagen, die haben jetzt einen nationalen Auftrag, in ihrem Bereich die Struktur der Lehrkräftebildung weiterzubringen und zu kooperieren mit den anderen Bundesländern. Und ich finde, dafür hätte man jetzt so ein gutes Zeitfenster gehabt nach der QLB, aber wir haben das leider nicht genutzt. Und wenn jetzt noch fünf Jahre vergehen, dann können wir bei der QLB 3, die irgendwann mal kommt, wieder da anfangen, wo bei der QLB 1 quasi angefangen hat. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Und deswegen ist es wirklich ein bisschen bedauerlich, wie das ausgegangen ist. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen, aber Frau Joczek, Sie haben bestimmt noch andere Propagante Fragen, deswegen mache ich da einen Punkt. Ja, ich würde da gerne noch mal nachfassen. Sie haben auf meine Anschlussfrage im Ansatz schon beantwortet. Ich hätte Sie gefragt, ob Sie das noch mal näher erläutern können, was Sie meinen damit, dass die Qualitätsoffensive versandet sei. Also es war ja klar, dass sie ein endliches Förderprogramm ist. Und aus Sicht der Finanzierer der QLB müsste ich wahrscheinlich sagen, warum ist es denn nicht gelungen, in den acht Jahren der Förderung die Projekte zu verstetigen? Und haben da nicht auch die Hochschulen, die geförderten Hochschulen, zum Teil versagt. Ich nutze mal diesen sehr drastischen Ausdruck, wenn Sie sich darauf verlassen haben, naja, irgendwas passiert vielleicht schon im Anschluss und wenn nicht, dann fahren wir es halt wieder zurück. Also, weil es war ja genau der Auftrag, nicht nur etwas auszuprobieren, sondern ausprobieren sollte ja dazu dienen, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, und das, was funktioniert, zu verstetigen. Ja, die Antwort ist aus meiner Sicht klar. Also, ich möchte das jetzt nicht zu negativ darstellen, es gibt schon einzelne Linien an den Standorten, die aus der QLB heraus weitergeführt werden. Das gibt es durchaus, aber es ist doch insgesamt eine kleinere Menge, sozusagen, wenn man es vergleicht mit den Projekten, die in der QLB liefen. Und warum das nicht weitergeht, ist doch völlig klar. Also, ein Jahr, bevor die QLB auslief, oder sagen wir zwei Jahre vorher, beginnen die Verhandlungen an den Standorten. Da setzt sich der Chef oder die Chefin des Zentrums für Lehrerbildung mit dem Rektorat oder dem Präsidium zusammen und sagt, so, die QLB läuft aus, wir haben zehn Projekte gehabt, die sind alle toll, wir wollen das, wir brauchen es unbedingt, wir brauchen eine Verstetigung, so kann die Hochschule jetzt das nicht weiterfinanzieren, weil die Zentren an sich, die haben ja die Stellen gar nicht, oder die haben ja die Ressourcen gar nicht, die müssen sich das irgendwo holen. Und dann sagt das Rektorat, je nach Standort, und jetzt könnte ich ins Blaudon kommen, dann sagt das Rektorat, je nach Standort, naja, okay, von den zehn Stellen, zwei können wir finanzieren. Andere sagen aber auch, na gut, jetzt seid ja acht Jahre gefördert worden, oder zehn Jahre, jetzt reicht es auch mal, wir müssen das Geld woanders reinstecken. Und die Rektorat im Präsidium, die werden ja drangsaliert, von Herausforderungen aus allen Fächern mit Stellenbedarf. Das ist ja immer ein permanentes Abwägen in den Präsidien, wo setze ich jetzt das Geld rein, was ist wichtig und nachhaltig, also ich kann es auch verstehen ein Stück weit. Und deswegen bricht es sozusagen in der Logik, in der inneruniversitären Logik, bricht es dann ein, mal mehr, mal weniger, aber insgesamt bricht es deswegen ein, die Zentren können das aus eigener Kraft und aus eigenen Ressourcen heraus nicht finanzieren. Und es ist halt in beiden Teilen nicht überall, aber in beiden Teilen ist es halt dann doch auch eine Personalfrage, weil komplexe Projekte, und es wird in der Lehrkräftebildung immer wieder unterschätzt, komplexe Projekte in der Lehrkräftebildung bedeutet, dass sie im Alltag Schnittstellen mit 25 Lehramtsfächern bearbeiten. Also wir in Tübingen haben 25 Lehramtsfächern, wenn ich ein Thema in die Fläche bringen will sozusagen, dann muss ich es mit 25 Schnittstellen bearbeiten und wir sind Dekanen und das ist aufwendig und da muss ich dranbleiben, ja, und da brauche ich Argumente und so weiter und so weiter und das kann ich nicht, das kann ich nicht nebenher machen und deswegen ist es meiner Ansicht nach gescheitert. Und die Hochschulleitungen an den Standorten, die machen wieder mit, wenn sie gezwungen werden mit Mitteln und mit anderen Ressourcen- und Unterstützungsmöglichkeiten, dann rentiert sich das wieder. Und es war auch alles absehbar und deswegen finde ich es so ärgerlich, dass das so quasi versandet ist. Herr Bohl, ich mache hier nochmal Advocatus Diabolé, das gefällt mir ganz gut. Ich verstehe das, also natürlich braucht es Personal, um diese Schnittstellenarbeit zu leisten, aber das ist ja genau die Kernaufgabe in einem Qualifizierungsprogramm Lehrkräftebildung, an dem naturgemäß viele beteiligt sind. Und warum braucht es dafür zusätzliche Stellen? Warum können das nicht die Personen leisten, die für den Job da sind? Naja, jetzt wird es, aber Entschuldigung, jetzt wird es ein bisschen trivial. Also wenn wir uns die Zentren anschauen und die Schools und ihre jetzigen Aufgaben uns anschauen, vergleichen wir es mal mit den Aufgaben, die die vor 20 Jahren hatten, dann kann man grob betrachtet sagen, vor 20 Jahren haben sich die Zentren, wenn es die überhaupt gab, um Praktikum und Studium und Lehre gekümmert. So, und wenn Sie jetzt in die Schools reingehen, was Sie für ein Aufgabenspektrum haben, ja, da geht es um Forschung, da geht es um Nachwuchsförderung, um Qualitätsmanagement, um Evaluation, um Fortbildung. Also es ist eine Riesenausweitung vom Aufgabenspektrum in einer ganz komplexen Grundkonstellation, wo Sie permanent argumentationspflichtig sind und Sie können permanent nicht hierarchisch agieren. Also der Leiter oder die Leiterin von dem Zentrum für Lehrerbildung hat keine hierarchische, ich sage mal, Gewalt in Anführungszeichen, wie zum Beispiel in der fakultären Struktur die Dekane, sondern man ist permanent über Argumente und Motivation und gute Kontakte darauf angewiesen, dass die Leute mehr oder weniger freiwillig mitmachen. Und das ist extrem mühsam. Und die Probleme fangen dann oft auch schon in der Leitung an, ist meine Erfahrung. Es gibt ja nicht mal ein abgesichertes Zeitformat, was extrem zeitaufwendig ist aufgrund der vielen Schnittstellen. Ja, ich glaube, Kollegen hier, die kriegen keine einzige Deputatsreduktionsstunde, während wir hauptamtliche Dekane nebendran haben und sollen dann so ein komplexes Zentrum leiten. Also wir haben, das ist ja immer unser Punkt im Eckpunktepapier, wir haben auch keine institutionellen Standards in Deutschland, um die Zentren auf ein gewisses Grundniveau zu heben und sie in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben in diesem breiten Aufgabenfeld, das es dann einfach inzwischen gibt, zu erfüllen. Und deswegen ist es schon auch nicht überall, aber in vielen Bereichen eine Personalfrage für die Grundstruktur des Agierens sozusagen. Dass dann für Projekte immer noch zeitbefristete Stellen dazukommen, das ist klar, aber die Grundstruktur, die ist hier überhaupt nicht einheitlich. Und es ist auch schade, dass es in der QLB nicht gelungen ist, die institutionellen Standards in Deutschland hier noch ein bisschen höher zu heben und zu vereinheitlichen, und gibt es am meisten. Vielen Dank, Herr Bohl. Ich fasse es nochmal zusammen. Also die These, die Herr Matzdorf eingangs aufgestellt hat, dass die Hochschulen in der Lehrkräftebildung strukturell gut aufgestellt seien, dass es die Zentren gibt, dass die auch so aufgestellt sind, dass die ihre Aufgaben wahrnehmen können, dass sie gut vernetzt sind mit den Hochschulleitungen und so. Das würden Sie nicht uneingeschränkt teilen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, ich würde es nicht uneingeschränkt teilen und ich würde sagen, es gibt eine große Vielfalt, und zwar je nachdem, wie engagiert die Präsidieninnen und Rektorate für die Lehrkräftebildung sind. Und das wechselt natürlich auch mit den Personen zuweilen. Aber insgesamt würde ich sagen, wir haben national betrachtet hier ein Defizit, ja. Herr Matzdorf, also Sie kennen ja nicht nur Ihr eigenes, also die Universität Kassel, sondern Sie haben ja auch einen guten Überblick über die Landschaft in Deutschland und sicher natürlich noch mal insbesondere auch für die hessische Landschaft. Teilen Sie trotzdem auch das Plädoyer von Herrn Bohl? Oder würden Sie da noch mal gegenhalten? Also ich verstehe schon seine Argumente, wenn man sagt, dass man das Aufgabenspektrum so breit sieht, bis hin zu Forschung, dass dann die Zentren wahrscheinlich nicht angemessen aufgestellt sind, um das leisten zu können. Aber diese Grundversorgung und Vernetzung der Lehrerbildung sozusagen innerhalb der Hochschule, das glaube ich schon, und auch diese koordinierenden Aufgaben und Beratung und so weiter und Sichtbarmachung der Lehrer- und Lehrerinnenbildung innerhalb der Hochschule und als Ansprechpartner zentral sozusagen für Fragen der Lehrerinnenbildung für das Präsidium oder Rektorat der Hochschule, denke ich, sind Sie eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Was aber eine Hochschulleitung auch aus meiner Sicht nicht leisten kann, ist wirklich in großem Umfang Forschungsförderung zu finanzieren. Und das, was immer wieder, also ich will das nicht Ihnen hier vorwerfen, sondern sozusagen nur grundsätzlich einfach feststellen. Was immer so an Forschungsförderung gesagt wird, dass man Anschubfinanzierung macht, das wird ja auch in den Ländern immer gemacht, dann wird irgendwas angeschoben und dann glaubt man, dann gäbe es einen Topf, aus dem das alles weitergeführt werden könnte. Aber diese Töpfe, die gibt es ja gar nicht. Dafür ist ja die Hochschulfinanzierung gar nicht ausgelegt. Wir werden ganz stark nach Studierendenzahlen finanziert. Kapazitätsrecht spielt eine große Rolle, die Versorgung der Studierenden und jede Professur hat ihre Stellen, damit sie sozusagen Grundstock hat, um Forschung betreiben zu können. Und im Grunde von der Logik des Systems hätte es ja so funktionieren müssen, dass nach der qualitätsoffensive Lehrerbildung einzelne Standorte oder auch in Verbünden, Sonderforschungsbereiche oder ähnliche große gemeinsame Forschungsvorhaben hätten auf den Weg bringen müssen. Dann wäre entsprechend auch weiterhin Geld geflossen. Aber aus den Präsidien der Hochschulen kann das aus meiner Sicht nicht kommen. Vielen Dank, Herr Matzdorf. Wir haben Sabine, du möchtest das kommentieren. Bitte. Vielen Dank. Ich wollte dazu kurz sagen, die Art Forschung, die möglich war im Rahmen der QLB, es waren keine Mittel explizit für Forschung und gar nicht für Forschung vorgesehen, die in Sonderforschungsbereichen förderbar ist nach bisherigen Standards. Diese Mittel, die für anwendungsorientierte Transfer und möglicherweise Forschungsszenarien vorgesehen haben, war so begrenzt, dass schon zu Beginn der beider Förderphasen völlig klar war, darauf zieht die QLB nicht ab und das ist auch nicht möglich. Also so hätte man gar nicht tricksen können, dass es möglich gewesen wäre, solche Szenarien zu etablieren, die einen Sonderforschungsbereich vorbereiten. Und da bin ich wieder an der Stelle, an der ich vorher war. Es gibt keine, also mir ist klar, dass die Hochschulen diese Mittel nicht vorhalten können. Das ist mir total klar, Herr Matzdorf. Also das erwartet auch, also zumindest hier am Standort niemand. Aber die Mittel auch von außen, also entsprechende Förderlinien, die geeignet sind, um das von außen zu holen, was über die QLB bisher kam, um den Standard zu halten, den Stellenwert, um so einen Status zu haben als Lehrkräftebildung an der Hochschule, die die ganze Hochschule stärkt, den ich brauche. Die gibt es nicht, diese Linien. Also ich wüsste gar nicht, wo sie verfügbar wären und vor allem anschlussfähig an das, was die QLB gefördert hat. Die hat nämlich was anderes gefördert. Die hat phasenübergreifendes Arbeiten explizit gefördert. Die hat den Aufbau von Strukturen zum Beispiel gefördert. Die hat Wege gegeben, um die Governance von Lehrkräftebildung an der Hochschule zu stärken. Das ist alles passiert. Aber ich bin zu ganz weiten Teilen bei Thorsten Bohl. Das ist in den letzten anderthalb Jahren hat man gesehen, wie schnell, das ist wie wenn aus dem Luftballon die Luft rausgeht. Wenn sie unten wieder aufmachen, geht der raus. Zack. Und das passiert mit den Ergebnissen der qualitätsoffensive Lehrerbildung jetzt gerade. Und ich glaube, das Zeitfenster, um sowas zu etablieren, was Merle vorhin so schön entworfen hat, das ist jetzt, das ist seit die QLB aufgehört hat und das ist jetzt vielleicht noch, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre offen. Da kann man, da rettet man das noch. So ein bisschen Luft ist noch drin. Jetzt müsste man noch mal reinpusten. Aber aus eigener Kraft geht das nicht. Und ich bin bei Herrn Matzdorf, die Rektorate können es auch nicht und die Präsidien. Und es ist auch nicht umfänglich ihre Aufgabe. Ich glaube allerdings, um auch an das anzuknüpfen, was unsere studentische Vertreterin hier gesagt hat, die Gruppe der Lehramtsstudierenden ist auch an meiner Hochschule, je nachdem, wie die Zahlen so gelesen werden, entweder die größte oder die zweitgrößte. Dafür kriegt die Universität viel Geld, dass sie diese Studierenden ausbildet. Und das Interesse ist größer denn je bei der jetzigen Situation mit der Versorgung von Lehrkräften. Das ist so ein anderer Hebel, auf den man die Hochschulen noch mal deutlicher aufmerksam machen könnte. Wie? Weiß ich allerdings auch nicht so ganz genau. Bräuchte ich wen im Merle hier? Dass man sagt, hört mal, ihr kriegt ganz viel Geld, schon dafür, dass ihr die Studierenden, große Gruppen von Studierenden, grundständig ausbildet. Gebt uns davon mal mehr in solche Aufgaben, die wir hier besprechen. Und ich kann letzter Satz was sagen, wo es in der Qualitätsoffensive funktioniert hat. Es gab so ein Jungtim, also man hat gesagt, bestimmte Stellenanteile müssen die Hochschulen verstetigen, damit sie gefördert werden in beiden Phasen. Die waren minimal, aber die gab es. Ich würde für eine QLB3, wann auch immer sie kommt, empfehlen, dass es 50 Prozent sind, nach Beendigung des Förderzeitraums. Dass die Hochschule das Geld nur kriegt, wenn sie sich danach verpflichtet, x Prozent, die größer sein müssten, als das, was es jetzt war, weiterzuführen. Das wäre so meine praktische Empfehlung. Aber da müsste, wenn ich das ergänzen darf, da müsste das Bundesland auch noch einspringen, weil die Hochschulen schaffen das alleine auch nicht. Ja, ich denke das immer in eins, weil mein Bundesland so klein ist. Ja, aber das ist korrekt. Ja, diese Ebene muss mit sein. Vielen Dank. Mürrle möchte das auch noch mal kommentieren, aber mit Blick auf die Zeit, wir haben noch gut sieben Minuten. Ich möchte noch gerade, es gibt zwei Bemerkungen im Chat, die hätten an anderen Stellen besser gepasst, aber wir hatten im Vorgespräch vereinbart, erst mal darf jeder Panelist was sagen. Trotzdem, Herr Professor Sander, möchten Sie gerade noch mal ganz kurz Ihre Frage stellen? Und dann bitte ich einen, wer auch immer sich von Ihnen dafür zuständig fühlt, diese Frage kurz zu beantworten. Herr Sander. Er ist... Herr Sander, ich habe Sie gerade zum Speaker gemacht. Herr Sander, oder sollen wir die Frage, also es gibt, es spricht, die Frage ist, kann man nicht sowohl einfach als auch zweifach Lehrkräfte haben und in Bezug auf die fachwissenschaftlichen Anforderungen gibt es da vielleicht Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulfächern? Wer möchte? Herr Mazdor vielleicht? Ja, gerne. Also, so hatte ich es ja tatsächlich in meinem Statement auch formuliert, dass man das durchaus nebeneinander sich vorstellen kann. Ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass das für verschiedene Fächer unterschiedlich sinnvoll ist, das auf ein Fach zusammenzuziehen. Man könnte auch überlegen, ob man so Fächergruppen irgendwie zusammenfasst. Also man kann sich ja jetzt auch vorstellen, dass man in manchen Schularten einen Science-Unterricht anbietet, anstatt Biologie, Chemie und Physik separat zu unterrichten. Und dann kann man ja auch so ein Fach wieder etwas breiter ausgestalten. Aber alles geht auch immer einher natürlich mit dem Spektrum der Schulfächer, die durch die Schulgesetze festgelegt werden und mit den Lehrplänen. Also ich glaube, wir müssen auch die Lehrpläne anschauen. Also vorhin wurde gesagt, dass Physik nur bis 1920 in der Schule vorkommt, ist schlimm und untragbar. Ja, aber das liegt auch an den Lehrplänen. Also wir unterrichten oder bilden natürlich unsere Lehrkräfte auch dahingehend aus, dass sie das unterrichten können, was in der Schule vorkommt. Und wenn das nicht passt oder der heutigen Welt nicht angemessen ist, dann ist es halt auch schwierig. Also ich glaube, man muss auf allen Fronten arbeiten und zusätzlich all diese Dinge in den Bildungswissenschaften natürlich auch machen. Und wenn ich da vielleicht auch noch einen kurzen Satz zu sagen darf, natürlich hatte die Qualitätsoffensive andere Aufgaben und Ziele als irgendwelche Forschungsverbünde aufzusetzen. Meine Aussage sollte nur heißen, vielleicht hätten diese Strukturen, die man schaffen konnte, geholfen sozusagen auch dann in Richtung von Forschungsverbünden weiterzuarbeiten. Aber ich kann es auch verstehen, wenn das aus vielen Gründen nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann. Vielen Dank. Frau Weickelt, ich habe gesehen, dass Sie sich auch gemeldet haben. Ich würde jetzt trotzdem, ich würde Sie und Mörle auch bitten, das mit in Ihre Schlussbemerkung zu packen. Ich würde Ihnen, also die zweite Bemerkung im Chat ist eher eine Bemerkung. Da geht es darum, dass es in Baden-Württemberg als einzigen Bundesland noch pädagogische Hochschulen gibt und dass das wahrscheinlich ein Unterschied ist, ob ich über PHs oder über Universitäten spreche. Ich möchte dazu jetzt nicht die Diskussion aufmachen, weil das ist ein neues Fass. Ich möchte an unsere Panelisten jetzt anknüpfen an etwas, was Herr Bohl im Vorgespräch gesagt hat. Wir haben jetzt echt genug geredet, analysiert, wo die Probleme sind, was man tun können sollte. Wir müssen jetzt etwas endlich ins Handeln kommen. Und meine Frage an Sie alle, was sollte jetzt geschehen aus Ihrer Sicht? Also wenn jeder von Ihnen einen Punkt dazu nennt, der Ihnen besonders am Herzen liegt oder besonders dringlich ist, und wer müsste das, also dafür sorgen, dass dieser Schritt auch gegangen wird? Also wer ist sozusagen verantwortlich für diese Maßnahme? Und Mörle, weil du dich schon länger gemeldet hattest, fange ich mit dir an. Danke, genau. Ja, ganz einfach. Wir müssten mal mit diesem Lamento aufhören, das auch hier wieder stattgefunden hat. Wir beklagen und beklagen und beklagen. Ich beklage auch gerne. Insofern ist die Frage eigentlich einfach zu beantworten, Bettina. Wenn wir doch bitte aufhören würden, zu beklagen und zu fordern, sondern zu sagen, wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe für die Jugend dieses Landes, die bestmöglichen Lehrkräfte auszubilden, dann kann jeder von uns, jeder von uns an seiner Stelle, an der er gerade sitzt, morgen oder am besten noch heute nach dem Mittagessen direkt damit anfangen und zu sagen, Mensch Leute, mal allen Ernstes, ich auch, ich nehme mich nicht aus. Ja, aber wir werden vom Staat dafür finanziert, dass wir unseren Job machen. Und wir können immer sagen, wir haben die Voraussetzungen nicht gut genug, um unseren Job zu machen. Stimmt. Und ich würde über einen Haken dran machen. Alles stimmt. Und trotzdem ist es so, dass wir uns auch sagen können, wir können es auch lassen. Wir können es auch lassen, nach irgendwelchen komischen Währungen zu arbeiten, sondern danach unseren gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Und damit können wir einfach morgen anfangen. Weil dann ist es nicht mehr wichtig, die nächsten sowieso Punkte irgendwo zu bekommen oder die nächste Beförderung oder die nächste Zulage. Dann ist es einfach wichtig zu sagen, es geht los und ich mache an meiner Uni, an meiner Stelle und ich hier in den Montagstiftungen, mache ich einfach mal meinen Job. Vielen Dank. Ich würde aus dem Morgen gerne ein Jetzt, also gleich machen. Aber gut. Frau Weickelt. Ja, also ich würde mich ähnlich anschließen. Ich würde vor allem, ich finde mich immer so wieder, dass ich so dissoziiere in Podiumsdiskussionen, weil ich denke, warum sprechen wir jetzt eigentlich über einfach und zweifach und warum versuchen wir es nicht einfach und warum stagnieren wir da? Und für mich ist das irgendwie, ich weiß, dass es auch eine große Frage sein kann, aber für mich ist das eine Klein-Klein-Frage und ich denke, wir müssen aber wirklich obendrauf schauen. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade eine ganz gute Möglichkeit, um wirklich bundesweit strukturell neue Sachen zu versuchen auf Uni-Ebene. Ich meine, Lehrpersonen werden gebraucht, wir werden gebraucht. Wir haben eine grundständige pädagogische Ausbildung auf jeden Fall. Aber es ist irgendwie, so einen Schritt zu gehen und so diesen Moment zu überwinden, ja, was wäre, wenn und wie können wir dann irgendwie das damit machen? Und eben auch mutig zu sein, auch Schule zu verändern, um auch den Raum zu verändern und damit das Lehramtsstudium an sich zu verändern und auch mehr Leute anzusprechen für das Lehramtsstudium. Und ich glaube, jetzt ist gerade eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt dafür, einfach mutig zu sein und wirklich Schritte zu gehen. Wir werden dann irgendwie merken, ob es funktioniert oder nicht. Aber so wie es jetzt ist, ist es einfach stagnierend und damit adressiere ich eigentlich alle. Also ich kann nur meinen KommilitonInnen sagen, seid laut und wünscht euch alles, was ihr wollt. Und gleichzeitig adressiere ich dann damit Unileitungen, die Länder, den Bund. Ich glaube, eigentlich alle, die gerne Schule mitgestalten wollen. Danke, Frau Beickel. So, jetzt Herr Bohl, Herr Matzdorf, Sabine, kurz und knackig bitte, weil uns läuft die Zeit davon. Herr Bohl. Ich möchte eigentlich so ein bisschen ergänzen. Natürlich muss sich jeder engagieren und da, wo er kann. Aber ich finde, in derzeitigen Zeitfenstern nach der QLP, auf der Grundlage der vielen Gutachten, in Zeiten des Lehrermangels und so weiter, braucht es eine nationale Initiative. Und ich würde mir einen Schuldenschluss wünschen aus BMBF, KMK, Bundesländern und den Stiftungen, um mit einer guten Struktur in die nächsten zehn Jahre reinzugehen, wo wir endlich mal die grundlegenden Defizite angehen. Und zwar jetzt und richtig mächtig. Und wer bringt es auf den Weg, dass sich die alle zusammentun? Also, ich befürchte Sie. Mit dem Bund haben wir schon Gespräche geführt. Mit der KMK gab es auch Gespräche. Da muss man in Jahrzehnten denken, bis sich da wieder was bewegt. Und so viel Zeit haben wir leider nicht. Auch der Einzelverband. Herr Matzdorf. Ja, da würde ich mich gleich anschließen. Genau auf diesen Ebenen muss das passieren, weil wir als Hochschule mutig sein, das können wir gar nicht. Nicht die Lehrerinnen und Lehrerbildung, die so stark staatlich reguliert. Ich kann nicht einfach den Einfachlehrer ausprobieren an meiner Universität, in meinem Bundesland. Das hängt an den Parteien. Und die sind unterschiedlich mutig in einer Weiterentwicklung, konservativ oder weniger konservativ. Und in den Bundesländern passieren die Dinge halt manchmal sehr, sehr langsam. Und wir diskutieren darüber, ob man nicht mal das Schulfach Informatik einführen sollte. Und ich sehe da Zeitskalen von zehn Jahren vor mir. Und die Digitalisierung, die schreitet so schnell voran. Das überholt einfach das, was in den Schulen passiert, dramatisch im Moment. Vielen Dank. Sabine, du hast das Schlusswort. Ja, oh, danke. Ich empfehle, was Thorsten Bohl empfiehlt, und zwar noch konkreter. Ich empfehle, wir verknüpfen eine QLB3, die kann ja anders heißen, damit nicht alle so erschrecken, mit den Startchancen, die beginnen im Herbst diesen Jahres. Das ist ein großes Projekt, das auch der Bund und die Länder an die Schulen geben, die es am dringendsten brauchen, wo diese Herausforderungen, die wir jetzt haben in der Lehrkräftebildung, am deutlichsten werden. Und wir beforschen in der Art Forschung, die Merle beschrieben hat, wie wir Schulen unterstützen können, diese Mittel in den Startchancen so zu nutzen, dass am Ende für alle das Bestmögliche dabei rauskommt. Und ich möchte nicht wieder sowas haben, wo einzelne Verbünde jetzt erforschen, ob die Startchancen funktionieren oder nicht. Das ist doch Quatsch, ja. Das muss man mit der Lehrkräftebildung koppeln, so, damit das, wofür wir Lehrkräfte ausbilden, dass die das machen können, was die Schulen brauchen. Punkt. Das ist die Lösung und das macht ihr. Aber das haben wir euch ja schon gesagt. Bitte. Jetzt. Du, Bettina. Okay, also beim ersten Punkt können wir, glaube ich, noch anknüpfen. Bei der Verknüpfung mit dem Startchancenprogramm, glaube ich, ist es für jemanden wie den Stifterverband eher schwieriger. Aber wir tun unser Bestes. Der Stifterverband hat eine Zukunftsmission Bildung gestartet im Februar. Und es gibt dort eine Allianz für Lehrkräfte. Sie alle sind herzlich eingeladen, sich an der Allianz zu beteiligen. Die verfolgt unter anderem die Ziele, die Lehrkräftebildung weiter zu profilieren, damit, also um zu einer qualitätsvollen und auch attraktiven Lehrkräftebildung zu kommen, die dazu beiträgt, dass wir in perspektivisch genügend Nachwuchs gewinnen. Und das mein Schlusswort. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen allen noch viel Freude bei weiteren Sessions des University Future Festivals und freue mich auf ein Wiedersehen in echt bei nächster Gelegenheit. Tschüss. 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 Tschüss.